Ja, bei Nvidia ist endlich das Ausbruchssignal da. Nvidia ist ja eine unserer Standardaktien, die wir hier so intensiv verfolgen. Und ich habe schon lange darauf gewartet, dass jetzt endlich der Turnaround sich langsam mal ankündigt. Und jetzt ist es sogar so, dass wir ein gutes Einstiegssignal bei der Nvidia-Aktie haben. Sie hat richtig auf den Deckel bekommen und wir gucken jetzt mal richtig genau, ob sich jetzt nicht gerade ein Einstieg bei Nvidia lohnt. Also, wenn du da Bock drauf hast, los geht's! Blicken wir einmal auf den Maximalchart. Und wenn du dir den Maximalchart anguckst, siehst du die sehr schöne Entwicklung, die Nvidia hingelegt hat. Hier 2018, 2019 hatten wir so einen Tief und dann ging es richtig schön nach oben. Also, was heißt richtig schön? Hier von 33 rauf bis 330. Das heißt, wir haben eine krasse Verzehnfachung gehabt von hier unten nach dort oben. Du siehst auch, dass wir hier schon mal einen Absturz hatten. Da ging es von 67 runter bis auf 33. Das heißt, wir hatten ungefähr einen Rückgang um 50%. Jetzt guck dir mal an, was in letzter Zeit passiert ist. Wir hatten hier Kurse um 330 und sind runtergefallen bis auf 145. Das heißt, die Aktie hatte sich mehr als halbiert in der Zeit. Das heißt, wir haben einen ähnlichen Rückgang wie hier. Und jetzt ist halt die Frage, steht vor uns jetzt die nächste Verzehnfachung bei Nvidia? Schau mal hier, dann siehst du wirklich, dass wir jetzt gerade einen super Einstiegssignal haben. Ja, also wirklich ein sehr, sehr starkes Einstiegssignal. Hier wurde dieser kleine Abwärtstrend wurde abverkauft und sofort wieder umgedreht quasi. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich ein ziemlich gutes Einstiegssignal. Immer noch mit einem super Rabatt von ungefähr 47% von der Spitze. Und es zeichnet sich jetzt halt wirklich ab, dass wir jetzt hier ein ordentliches Einstiegssignal bekommen. Das ist übrigens das erste Mal, seitdem wir hier oben abgeschmiert sind und sowas wie ein Abwärtstrend hier etabliert ist, dass wir wirklich ein ordentliches Einstiegssignal jetzt bei der Nvidia Aktie hatten. Also wirklich chartmäßig gerade super spannend. Das könnte wirklich eine Turnaround Situation sein. Das heißt, ich denke, egal welchen Weg du einschlägst als Investor, egal ob du ein Sparplan Investor bist, ob du ein Turnaround Investor bist, so wie ich das mache, oder ob du ein Trader bist, ich denke, die Nvidia Aktie ist gerade für uns alle richtig interessant. Ja, schauen wir uns einmal die Schnellübersicht bei Nvidia an. Und ihr seht, wir haben sieben Punkte. Das heißt, tendenziell müssten wir eine Überperformance ungefähr von 12% gegenüber dem Markt langfristig haben. Und wir können auch noch direkt ein paar weitere Dinge sehen. Die rechte Seite, die Wachstumsindikatoren sind alle dunkelgrün. Ja, und auch hier Umsatzmarge und Unternehmensrendite sind sehr schön grün. Das heißt, wir haben ein absolutes Spitzenunternehmen mit einer sehr guten Kapitalallokation und auch mit einer sehr guten Profitabilität. Auch die Eigenkapitalquote ist mit 58% auf jeden Fall solide aufgestellt. Insbesondere, wenn du noch berücksichtigst, dass wir halt eine so hohe Unternehmensrendite haben, also eine so hohe Profitabilität. Da kann man sich das dann halt wirklich gut leisten, auch durchaus eine höhere Schuldenquote zu fahren, wobei 60% jetzt in heutigen Zeiten ja wirklich nicht gerade hoch ist. Aber, aber, es gibt immer ein Aber, ja. Ihr seht es auch hier, die Investmentrendite und auch hier der Buchwert, den wir bekommen pro Euro, den wir investieren, der ist wirklich vernachlässigbar klein. Und das ist jetzt genau das Problem, was wir bei Nvidia haben. Bei Nvidia sehen wir einfach, dass wir einen sehr geringen Gegenwert für das Geld bekommen, was wir investieren. Wir gucken es uns jetzt natürlich gleich nochmal genauer an. Wenn man allerdings sagt, dass die Multiplikatoren, die für Nvidia aktuell abgerufen sind, faire Multiplikatoren sind, die in Zukunft auch aufrechterhalten werden können, wo es durchaus ja gute Argumente für gibt, wo wir gleich nochmal beim Geschäftsmodell natürlich nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, dann sehen wir, dass wir mit diesem Wachstumsrat natürlich phänomenale Renditen erzielen können. Ihr seht es jetzt hier zum Beispiel, auf 5 Jahre müsste der Wert in dem Unternehmen ungefähr einen Faktor 2,6 hinlegen und auf 10 Jahre sogar einen Faktor 4,2. Dementsprechend müsste, wenn der Aktienkurs einfach mitzieht, mit der unternehmerischen Entwicklung, könntest du halt auch diese phänomenalen Renditen erzielen. Allerdings ist halt die Frage, inwieweit der Multiplikator, der aktuell auf Nvidia bezahlt wird, halt auch der Multiplikator sein wird, den wir in Zukunft sehen werden. Wenn wir jetzt wieder die unterschiedlichen Multiplikatoren, die wir in der Vergangenheit bei der Nvidia Aktie hatten, zugrunde legen auf, zum Beispiel Umsatz, Bilanzsumme und das Ergebnis vor Steuern, dann können wir gucken, wie momentan der faire Wert wäre, wenn man so eine Art Discounted Cashflow-Modell mit diesen Größen anstellt. Und wie du unschwer erkennen kannst, bezogen jetzt auf das Ergebnis vor Steuern, ist der Aktienkurs noch relativ teuer. Im Vergleich jetzt allerdings zum Umsatz und zur Bilanzsumme sind wir momentan bei einem fairen Wert. Und gerade bei einem Wachstumsunternehmen wie Nvidia, die du vor allem kaufst, weil sie halt so schön wachsen, da ist natürlich ein Bereich wie das Ergebnis vor Steuern gar nicht so unbedingt wichtig, weil du ja gar nicht willst, dass sie hohe Gewinne ausweisen, sondern du willst ja, dass sie reinvestieren und dass sie ihr Unternehmen und ihr Geschäftsmodell weiter zum Wachsen bringen. Dementsprechend denke ich, dass man hier an der Stelle sich eher an diesen beiden Werten orientieren sollte. Und bei dem aktuellen Kurs haben wir definitiv dementsprechend eine faire Bewertung aktuell. Und ja, das ist halt auf jeden Fall schon mal ziemlich spannend. Schauen wir nun aber einmal auf die unternehmerische Entwicklung in den vergangenen Jahren. Ihr seht jetzt hier die Daten zurückgehend bis 1999, also wirklich ein langer Zeitraum, den wir jetzt hier abdecken können. Und da seht ihr halt diese wunderschöne Entwicklung im Umsatz, also wie der Umsatz hier wirklich von fast nichts mehr oder weniger hier richtig schön explodiert ist. Und insbesondere das Umsatzwachstum, was wir jetzt von 2021 nach 2022 hatten, ist halt absolut phänomenal. Also ihr könnt das hier sehen, wir hatten hier noch einen Umsatz von 16 Milliarden und sind jetzt raufgeschossen bis auf 26 bzw. 27 Milliarden. Das heißt, wir hatten halt wirklich quasi so 40% plus von 21 nach 22, was einfach natürlich absolut phänomenal ist an der Stelle. Hier kannst du jetzt aber auch das Dilemma sehen, indem wir bei der Nvidia-Aktie stecken. Also ihr seht hier, die Marktkapitalisierung liegt bei 443 Milliarden und damit kaufen wir uns halt einen Gewinn von ungefähr 10 Milliarden. Und das ist natürlich schon ziemlich bitter, ja, also jetzt aus den Augen eines Value-Investors, wie ich das halt bin, ist das halt wirklich, wirklich krass. Und jetzt ist halt die Frage, ob diese Zukunftshoffnung, die in Nvidia gesteckt wird, halt wirklich gerechtfertigt ist. Wir brauchen uns sicherlich nicht darüber unterhalten, ob Nvidia ein gutes Unternehmen ist, ja oder nein. Ja, mit ihren ganzen Forschungen, die sie da momentan machen, mit den Prozessoren, die sie entwickeln, sind sie einfach an der Spitze der Entwicklung momentan und von der Profitabilität und einfach vom Geschäftsmodell her einfach auch eine absolute Top-Aktie. Da gibt es wirklich kein Wenn und Aber. Das Problem ist jetzt halt einfach dieser Faktor und die Frage ist jetzt halt, bleibt dieser Faktor aufrechterhalten, ja? Bleibt weiter diese ganze Zukunftshoffnung da drin? Bleibt der Aktienmarkt so optimistisch, wie er momentan noch ist, ja, was jetzt diese ganzen Tech-Werte angeht? Und da ist durchaus eine große Gefahr, die auch noch in einer weiteren, ja, in einem weiteren Absturz, denke ich, durchaus münden könnte, wenn die Stimmung stark umschlägt, ja? Also, wenn jetzt wirklich sowas wie noch ein größerer Krieg ausbrechen würde oder sowas, dann wäre eine Aktie wie Nvidia, die auf viel Zukunftshoffnung setzt, sicherlich schwer getroffen und würde wahrscheinlich stark unter die Räder kommen. Wenn du diese ganzen Kennzahlen übrigens einmal einfach erklärt haben möchtest, dann lad dir mal mein Buch runter. Da habe ich dir versucht, in so einfachen Worten wie irgendwie möglich all diese Zusammenhänge einmal so genau wie möglich zu erklären. Blicken wir nun aber einmal auf die wirkliche Wachstumsentwicklung bei Nvidia, auch noch in den anderen Größen. Ich habe euch jetzt in hellgrün wieder die Größe des Unternehmens reingemacht und in dunkelgrün die Entwicklung des Eigenkapitals. Und wie ihr sehr schön erkennen könnt, haben wir ein sehr symmetrisches Wachstum. Also, sowohl die Bilanzsumme, also die Größe des Unternehmens, der hellgrüne Balken, als auch der braune Balken mit dem Umsatz, als auch das Eigenkapital, der dunkelgrüne Balken, wachsen alle schön und wachsen auch ungefähr im gleichen Tempo. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv und spricht erstmal für ein sehr gesundes, intrinsisches oder auf jeden Fall reguläres Wachstum. Blicken wir nun einmal auf das Wachstum in den nächsten Jahren. Laut den Analysten sieht auch ziemlich gut aus. Also, wenn du jetzt hier mal reinschaust, siehst du die Umsatzerlöse für 2023 sollen bei 33 Milliarden liegen. Und du siehst auch, dass das Wachstum schön weitergehen soll. Wir hatten vorhin ja ein durchschnittliches Wachstum, so ungefähr um 30 Prozent. Wenn du dir das hier anguckst, das Wachstum, was jetzt hier noch veranschlagt wird, liegt ungefähr so bei 15 Prozent. Und dementsprechend soll das Wachstum eher ein bisschen zurückgehen, laut den Analysten. Wenn du dir das Ergebnis je Aktie anguckst, siehst du, dass das stark gesteigert werden soll. Also, die gehen davon aus, dass jetzt in nächster Zeit wirklich, ich sag mal, eine sehr profitable Zeit für Nvidia eintreten wird. Und du siehst auch, dass die Größe des Unternehmens und auch das Eigenkapital weiter ansteigen soll. Für 2025 sollen wir dementsprechend bei 82 Milliarden Bilanzsumme liegen. Damit liegen wir immer noch weit unter der aktuellen Marktkapitalisierung von 4 Milliarden. Aber wir nähern uns zumindest an. Ja, das heißt, man könnte, denke ich, davon ausgehen, dass man so in 5 Jahren ungefähr circa ein Viertel der aktuellen Marktkapitalisierung durch Unternehmenswert quasi abgedeckt hat. Also noch nicht über Eigenkapital, aber zumindest über den Unternehmenswert. Dementsprechend ist die Einschätzung der Analysten durchaus positiv. Allerdings soll das Wachstum ein bisschen zurückgehen, wobei die Gewinne durchaus recht stark weiter wachsen sollen. Das heißt, die Profitabilität des Unternehmens soll durchaus zulegen. Wenn du Nvidia mit den anderen großen Halbleiterherstellern einmal vergleichst, also ich habe jetzt Intel und AMD einmal ausgewählt, dann gibt es gewisse Dinge, die auffallen. Es fällt auf jeden Fall auf, dass Nvidia mit Abstand der teuerste Konzern ist. Das heißt, wir haben die größte Marktkapitalisierung. Also hier fast ein Faktor 3 im Vergleich zu Intel und auf jeden Fall ein Faktor 3 im Vergleich zu AMD. Also von daher kann man auf jeden Fall schon mal sagen, Nvidia ist quasi der größte Konzern, was jetzt die Marktkapitalisierung angeht. Wenn wir uns allerdings den Umsatz anschauen, sieht die Sache ganz, ganz anders aus. Seht ihr, dass Intel 79 Milliarden momentan an Umsatz generiert im Vergleich zu Nvidia? Ja, dementsprechend haben wir hier einen Faktor 2,5 Umsatz mehr, obwohl wir einen Faktor 3 fast in der Marktkapitalisierung geringer sind. Dementsprechend kommst du halt ungefähr auf einen Faktor von 5 bis 6, den Intel bezogen auf Umsatz momentan eigentlich günstiger ist. Und auch wenn du dir das operative Ergebnis anschaust, siehst du auch dort, dass wir einen Faktor 2 bei Intel haben. Ergebnis nach Steuern haben wir einen Faktor 2. Du siehst, Nvidia im Vergleich zu Intel ist wesentlich teurer. Jetzt haben sie natürlich auch ein bisschen das ausgereiftere Geschäftsmodell und sie haben coolere Dinge, die sie so tun, also mit ihrer Augmented Reality, mit ihrer KI, die da lernt, mit den ganzen Robotern, also diesen KI-Robotern, die sie antrainieren momentan und so. Also diese ganzen coolen Informationen, diese ganzen coolen Dinge, die Nvidia so macht, treffen jetzt natürlich gerade auf Intel nicht so wirklich zu. und Intel hat natürlich auch den erhöhten Konkurrenzdruck und so weiter. Nichtsdestotrotz möchte ich dir einfach klar machen, dass du einfach einen großen Aufschlag oder eine große Entertainment-Steuer bezahlst, wenn du halt in dieses großartige Unternehmensnamen Nvidia investierst. Nvidia gehört übrigens zu den Standardaktien dieses Kanals und sobald es halt bei unseren Standardaktien irgendetwas Wichtiges gibt, wie gute Geschäftszahlen, wie Umkehrsignale oder ähnliches, versuche ich da immer ein Update rauszumachen. Also lass doch vielleicht ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du die Beiträge bekommst, die ich immer zuallererst rausschicke, sobald ich irgendwas Spannendes finde, weil ansonsten wirst du die wahrscheinlich gar nicht oder erst sehr spät sehen. Der Vollständigkeit halber blicken wir jetzt natürlich noch einmal auf das Geschäftsmodell von Nvidia. Also Nvidia ist wirklich ein international tätiger Konzern mit gewissen Schwerpunkten auf den Vereinigten Staaten China und Taiwan und hat halt Lösungen für Probleme im Bereich von Rechenleistung, Grafikleistung und auch im Bereich von Netzwerklösung. Gegründet wurde Nvidia 1993. Gehen wir jetzt einmal auf das Grafiksegment ein bisschen genauer ein. Also das fokussiert sich vor allem halt auf den Spiele-Sektor und halt auf das Erstellen von virtuellen Welten. Das heißt jetzt auch im Zug jetzt von der Entwicklung des Metaverse wird es sicherlich einen sehr großen Anteil geben, den auch Nvidia dort leisten wird. Der Bereich Computer Networking kümmert sich halt vor allem um die Berechnung. Das heißt alle Dinge, die hohe Rechenleistung erfordern, werden damit abgedeckt. Insbesondere zum Beispiel das Schürfen von Kryptowährungen, um jetzt mal so einen Trendbereich zu nennen. Da ist Nvidia halt mitführend und auch die Lösung für autonomes Fahren, für die KI, die dahinter steckt und so. Auch in dieser Bereich wird halt über dieses Geschäftssegment Compute and Networking abgedeckt. Wenn man das mal zusammenfasst, kann man denke ich sagen, dass Nvidia sich vor allem halt auf diesen Spiele- und Gaming-Sektor fokussiert hat und halt auf stark Rechen- oder grafikintensive Anwendungen halt im Business-Bereich. Vertreiben tun sie dementsprechend ihre Waren halt an all diese Menschen oder an all diese Konzerne, die halt genau das halt benötigen logischerweise. Und sie haben da inzwischen auch ein riesen Portfolio aufgebaut, was einfach daherkommt, dass sie ja auch mit einer, ich sag mal so der bekanntesten Marken einfach in diesem Segment sind und damit ja auch durchaus führen in diesem Segment. Wir haben also wirklich ein absolutes Top-Unternehmen, was wir halt vorher auch schon in den Zahlen gesehen haben, die sehr breit aufgestellt sind, die sehr, sehr viele Trends anspielen und das macht es halt einfach schon sehr, sehr interessant. Ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Wie sieht es aus bei der Nvidia-Aktie? Also wir haben es gesehen, wir haben einen riesen Discount im Vergleich zu den historischen Werten, für die Nvidia mal gehandelt wurde. Wir haben einen ähnlichen Rückgang wie in der Dotcom-Blase aktuell, was den Aktienkurs angeht. Dementsprechend könnte es gut sein, dass wir jetzt gerade wirklich an einem Punkt sind, der durchaus eine signifikante Chance bietet, dass wir da einen richtigen Riesenplus in den nächsten Jahren machen können. Also dieser Faktor mal 10 halte ich definitiv nicht für ausgeschlossen, wenn wir es schaffen, dass die Weltwirtschaft, ich sag mal halbwegs so konstant und weiter florierend bleibt, wie sie aktuell ist. Das größte Risiko, was ich sehe bei der Nvidia-Aktie ist halt wirklich, dass wir quasi einen Zusammenbruch in der Mentalität der Menschen bekommen, dass wir halt wirklich, ich sag mal, schlechtere Zeiten haben und dann solche Aktien, die auf so starke Zukunftshoffnung setzen, halt relativ stark abgestraft werden. Die Gefahr, die besteht auf jeden Fall bei Nvidia aktuell, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine riesige Gefahr ist. Nichtsdestotrotz ist das der Grund, warum ich sage, dass wenn man in Nvidia investiert, man glaube ich besser nicht eine reine Buy-and-Hold-Strategie machen sollte, auch wenn das natürlich in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert hat. Das Risiko, dass die Aktie sich nochmal, ich sag mal, halbieren kann, ist halt relativ hoch und du kriegst halt relativ wenig Wert. Was meine ich damit? Damit, jede Aktie kann natürlich 50% fallen von dem Kurs, wo du einsteigst. Ja, also das kann dir bei jeder Aktie, in die du investierst, kann dir das passieren. Jetzt ist halt die Frage, wenn du dir jetzt mal anschaust, was du für ein Wachstum hast pro Jahr. Sagen wir mal, das Unternehmen, das wächst um 20 Milliarden, ja, jedes Jahr. Was jetzt eine sehr, sehr hohe Schätzung wäre. So, und du zahlst jetzt 440 Milliarden dafür, dann bezieht sich das ja darauf, dass du quasi 1,21, also so 4% Wachstum ungefähr pro Jahr bekommst, bezogen auf den Wert, den du jetzt aktuell bezahlst. Und wenn du das jetzt halt einfach als Grundlage nimmst, dass du halt 4% Wachstum bekommst, dann ist halt die Frage, ob dir das halt als Rendite zu Not ausreicht, ja. Wenn wir nie wieder diese Multiplikatoren erreichen, die wir mal hatten, dann könnte es halt sein, dass du halt 10 Jahre die Nvidia-Aktie hältst und sie ungefähr um diese 4% pro Jahr wächst, bezogen auf das Geld, was du jetzt investiert hast. Und bist du dann glücklich mit dem Investment? Und diese Frage müsstest du halt eigentlich mit Ja beantworten, wenn du jetzt halt wirklich sagst, das ist für mich eine Buy-and-Hold-Aktie. Und ich glaube, die allermeisten von euch können diese Frage an der Stelle nicht mit Ja beantworten, ja. Und das ist jetzt, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache an der Stelle. Was halte ich für sinnvolle Strategien bei Nvidia? Ich halte durchaus eine Sparplan-Strategie für sinnvoll. Wenn du sagst, ich spare jetzt die nächsten 3-4 Jahre jeden Monat da so und so viel Euro rein, dann wirst du, glaube ich, auf einer sehr sicheren Seite sein, dass du richtig gute Einstiegskurse bezogen auf die historische Entwicklung oder auf die zukünftige Entwicklung von Nvidia haben wirst. Also das glaube ich wirklich, dass das eine sehr sinnvolle Strategie wäre. Die zweite Variante, die man machen könnte, wäre, dass du jetzt halt sagst, nee, ich betrachte das, ich versuche jetzt da diesen Turnaround-Trade zu machen und sollte das schief gehen, dann gehe ich mit dem Stopp wieder raus. Bin ich persönlich kein großer Freund von, aber das wäre durchaus auch eine mögliche Strategie, die du bei Nvidia verfolgen könntest. Wenn ich das Ganze jetzt mal in ein Chancen-Risiko-Verhältnis gieße, würde ich sagen, dass die Chancen momentan bei der aktuellen charttechnischen Situation und der schönen unternehmerischen Entwicklung in der vergangenen Zeit definitiv, ich sage mal, eher positiv stehen. Also ich würde momentan sagen, wir haben ungefähr ein Chancen-Risiko-Verhältnis bei Nvidia, jetzt langfristig gesehen, auf die nächsten fünf Jahre, denke ich, kann man durchaus sagen, von drei zu eins. Dann hast du aber wirklich einen sehr, sehr langen Zeithorizont. Ich bin halt von Grund aus ein Optimist, deswegen ich bin der Meinung, dass wir wahrscheinlich wieder ähnliche Bewertungen wie in der Vergangenheit bei Nvidia sehen werden, dementsprechend mein relativ hohes Chancen-Risiko-Verhältnis. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, dass er eher so ein Verhältnis 3 zu 2 aktuell sieht. Ich sehe definitiv allerdings nicht größere Risiken als Chancen momentan, auch wenn das natürlich wie immer meine persönliche Meinung ist und du dir natürlich deine eigene Meinung machen musst, über die mich allerdings sehr, sehr interessiert. Also schreib sie gerne mal in die Kommentare. Wie schätzt du die Nvidia-Aktie ein? Denkst du, dass die Aktie jetzt hier drehen wird? Es gibt natürlich viele Aktien aktuell, die es momentan zu guten Preisen zu haben gibt. Und das ist jetzt natürlich die Frage, die du dir stellen musst, wenn du in Nvidia investierst. Gibt es nicht andere Aktien, die vielleicht besser wären, um da rein zu investieren? Ich hätte da durchaus zwei Vorschläge, nämlich Intel und Meta, die du dir auf jeden Fall auch nochmal genauer angucken solltest, wenn du dich jetzt für Nvidia interessierst. Und dann musst du halt überlegen, was für dich das beste Chancen-Risiko-Verhältnis gibt. Und dann kann man da, denke ich, auch guten Gewissens eine Aktie von auswählen. Wenn du jetzt ein Video von den anderen beiden vielleicht sehen willst, dann guck dir die doch an. Und ansonsten, ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, Daumen hoch, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!